Wir alle haben uns ja in der Zwischenzeit an diese Masken gewöhnt, um uns selbst zu schützen und andere zu schützen. Jetzt stelle man sich aber vor, es gibt Menschen, die in Ausübung ihres Berufes diese Masken auch bei anstrengenden Tätigkeiten dauernd tragen müssen. Ein Kellner beim Servieren, beim Tische abräumen, eine Friseurin beim Föhnern, im Sozialbereich, bei den Dienstleistungen, im öffentlichen Verkehr, ein Zugbegleiter, Zugbegleiterin, die bei allen Temperaturen durch die Waggons gehen und diese Masken tragen müssen. Das ist eine besondere Belastung, das wissen wir in der Zwischenzeit. Was wir wollen, ist nichts anderes als ein Mindestmaß an Respekt und Fairness für jene Beschäftigten, die davon besonders betroffen sind. Wir wollen, dass die Regierung sich einen Ruck gibt und wenigstens hier mal Flagge zeigt und sagt, okay, wir erkennen diese Belastung an, wir wollen hier eine Entlastung, deshalb fordern wir als Gewerkschaftsführer und die Regierung auf, hier einzulenken und eine bezahlte Maskenpause von zumindest 15 Minuten zu gewähren, für all jene, die in den letzten Monaten unser Land am Laufen gehalten haben und das auch weiterhin mit viel Leidenschaft und Engagement tun.